Und in Stuttgart begrüße ich jetzt unseren ARD-Kollegen und Fußball-Kommentator Tom Bartels. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Warst du von der doch ungewohnt schnellen Reaktion des DFB heute überrascht? Ja, war ich durchaus. Also natürlich habe ich das Spiel gesehen und habe mir gedacht, dass da etwas passieren wird, wahrscheinlich passieren muss. Habe aber tatsächlich erwartet, dass das erst nach dem Spiel gegen Frankreich am Dienstag vollzogen wird. Ging also schnell heute. Und was viele noch dabei verärgert hat, Flicks Freistellung kam so etwa drei Minuten vor dem WM-Sieg der Basketballer. Sportlich fair war das nicht wirklich, oder? Ja, ich meine, ist mir schon klar, was du meinst. Hätte man vielleicht auch eine Viertelstunde später machen können. Aber die Nachrichten verbreiten sich heute so schnell, dass beim DFB sicher jeder gedacht hat, wir müssen das direkt, wenn wir es entschieden haben, rausbringen. Und letztlich ist es doch so, der Titel der Basketballer, der ist so groß. Das ist Sportgeschichte, der steht für die Ewigkeit. Das wird später niemand mehr erinnern können, dass an dem Tag auch Hansi Flick entlassen worden ist. Also das ist für mich eine Randnotiz. Aber dieser außergewöhnliche Titel der Basketballer, auch wenn wir über Fußball sprechen wollen, der ist so toll, da kommt auch die Entlassung von Hansi Flick heute nicht ran. Das stimmt auf jeden Fall. Und du beobachtest die Nationalmannschaft schon lange im Fußball. Was ist da im Team passiert, dass man glaubt, die haben das Fußballspielen verlernt? Ja, das konnte man sich in der Tat fragen. Wenn man sich anschaut, wo die ganzen Spieler, bei welchen Klubs sie performen und bei welchen Klubs sie spielen, ob Barcelona, Real Madrid, Bayern München, Borussia Dortmund und das mal abgleicht mit den Mannschaften, wo die Japaner auflaufen, muss man sich fragen, warum die Mannschaft eigentlich fast alle Tugenden vergessen zu haben scheinen, wenn sie auf dem Platz ist. Es ist erstaunlich auch, wie oft die deutsche Mannschaft ausgekontert wird. Nicht nur gegen Japan, jetzt auch schon bei der WM in den Spielen dazwischen. Und das wird die Aufgabe sein für den neuen Mann, da ganz schnell eine Struktur reinzubekommen und die zweifellos vor anderen Qualitäten auch mal wieder auf den Rasen zu bringen. Ich glaube, dass Hansi Flick am Ende gescheitert ist an diesem vielen Experimentieren in den letzten Wochen. Und es ist ja nach der WM nicht bergauf, sondern wirklich immer weiter bergab gegangen. Und deswegen, glaube ich, gab es heute auch keine mögliche andere Entscheidung. Ja, und jetzt stehen wir neun Monate vor der Europameisterschaft im eigenen Land. Und da wartet nun auf den Nachfolger von Flick eine nicht zu beneidende Aufgabe. Wer könnte die denn lösen? Nagelsmann, Sammer oder noch jemand ganz anderes? Ja, wahrscheinlich würde ganz Deutschland jubeln, wenn das Jürgen Klopp wäre. Aber das dürfte nicht realistisch sein. Alle haben wahrscheinlich schon überlegt, geht das auch nebenbei, neben Liverpool, aber die nächste Reise geht Richtung USA und Mexiko. Wie soll das möglich sein, dass Klopp da zehn Tage weg ist aus Liverpool und so nebenbei die Nationalmannschaft macht? Also dann bleibt für mich ein realistischer Kandidat. Das ist Julian Nagelsmann. Er hat das in Hoffenheim gezeigt, was er kann, auch in Leipzig. Bei den Bayern auch ist es vernünftig gemacht. Vielleicht nicht mit dem letztendlichen Durchbruch, aber das ist im Moment das, was machbar ist. Die Bayern könnten irgendwie dem DFB entgegenkommen. Dann kann man sich finanziell einigen. Es haben alle etwas zu gewinnen. Die Bayern ganz sicher auch Julian Nagelsmann. Und für den DFB wäre es ein Geschenk, wenn er das im Moment machen würde. Das sehe ich im Moment als die aussichtsreichste Lösung an. Danke für deinen Blick aufs Spielfeld. Tom Bartels nach Stuttgart. Sehr gerne.